Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Das einzige, was ich aus Ice Age gelernt habe, ist, dass man jedes Eis brechen kann, indem man seine Eichel kräftig reinrammt. Tritt auf eine Ameise und geht weiter. YouTuber-Titel? Wie ich mit einem Mord davon gekommen bin! Ahmed hat drei Äpfel, zwei davon gibt der Mohamed. Berechne den Radius der Explosion. Hab gerade versucht, im Liegen zu trinken. Jetzt liege ich im Trinken. Und Gott am siebten Tag so, ach komm, scheiß drauf, morgen ist Abgabe, ich lass das jetzt so. Ich will ja nicht sagen, dass ich viel Kaffee trinke, aber kolumbianische Bauern haben ein Foto von mir im Portemonnaie. Am Feministinnen nach dem Saufen eine Katze? Lebenslauf finde ich uncool. Ich nenne es, was bisher geschah. Ich bin zwar nicht der schönste, schlauste oder stärkste, aber ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Wenn Männer etwas tragen müssen, ist es niemals zu schwer. Ja, höchstens etwas unhandlich. Es gibt zwei Dinge, die ich absolut nicht leiden kann. Erstens Menschen, die maßlos übertreiben. Und zweitens, wenn ich beim Joggen geblitzt werde. Konfuzius sagt, wer viel trinkt, stirbt zwar früher, hat aber im Leben doppelt so viel gesehen. Schade, dass Jesus nicht mit einem Feuerlöscher erschlagen wurde. Ein Feuerlöscher gehört in jedes Büro. 1000 Instagram sind 1 Insta-Kilo. Was soll die Angel denn kosten? 9,99 Euro. Das ist aber günstig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Der Uhu ist der Lux unter den Adlern. Schreibt man, den Lörres reinhämmern oder den Lörres reinhämmern. Will mich beim Liebesbrief nicht blamieren. Frühlingsgedicht. Hat die Blume einen Knick? War der Schmetterling zu dick. Vor Heidi Klum wurde schon in der Bibel gewarnt. Eine lange Dürre wird kommen und das Land plagen. Ist das Badezimmer mit Fliesen gefliest? Mit Kacheln gekachelt? Mit Fliesen gekachelt? Oder mit Kacheln gefliest? Immobilienmakler lieben mich. Sarkasmus ist mein zweitliebster Asmus. Was haben eine verbrannte Pizza, eine schwangere Frau und ein gefrorenes Bier gemeinsam? Irgendjemand hat das Ding zu spät rausgeholt. Bist du bekloppt und nicht plam plam? Dann abonniere Master Jam!